Als ich gewahr wurde, wie gering der Verlust Rilkes im öffentlichen Rechenexempel veranschlagt wurde, er wog kaum so schwer wie eine Filmpremiere, so war ich, gestehe es offen, mein erster Einfall auf die Frage, warum wir heute zusammenkommen, zu antworten, weil wir den größten Lyriker ehren wollen, den die Deutschen seit dem Mittelalter besessen haben. Es wäre erlaubt und ist doch unerlaubt, so etwas zu sagen. Die Höhe der Dichtung ist keine Spitze, auf der es immer höher geht, sondern ein Kreis, innerhalb dessen es nur Ungleichgleiches, Einmaliges, Unersetzliches, eine edle Anarchie und Ordensbrüderlichkeit gibt. Rainer Maria Rilke war schlecht für diese Zeit geeignet. Dieser große Lyriker hat nichts getan, als daß er das deutsche Gedicht zum ersten Mal vollkommen gemacht hat. Er war kein Gipfel dieser Zeit. Er war eine der Erhöhungen, auf welchen das Schicksal des Geistes über Zeiten wegschreitet. Er gehört zu den Jahrhundertzusammenhängen der deutschen Dichtung, nicht zu denen des Tages. Wenn ich sage, das deutsche Gedicht vollkommen gemacht, meine ich keinen Superlativ mehr, sondern etwas Bestimmtes. Ich meine eine ganz bestimmte Eigenschaft des rilkischen Gedichtes, eine Vollkommenheit im engeren Sinne, die seine geschichtliche Stellung zunächst bestimmt. Nicht nur sinkt kaum ein Gedicht, kaum eine Zeile oder ein Wort sinken aus der Reihe der übrigen herab, es entsteht so eine beinahe schmerzliche Spannung wie eine gewagte Zumutung. Weder vor ihm noch nach ihm ist diese hohe und ebene Spannung des Eindrucks, diese edelsteinklare Stille in der niemals anhaltenden Bewegung erreicht worden. Weder das ältere deutsche Gedicht noch George oder Borchardt haben dieses freie Brennen des Feuers ohne Flackern und Dunkelheit. Es gibt ein Gedicht, das in der Welt des Festen eine Ergänzung, Erholung, einen Schmuck, Aufschwung, Ausbruch, Kurzunterbrechung und Ausschaltung bedeutet. Man kann auch sagen, es handelt sich da um bestimmte und einzelne Gefühle. Und es gibt ein Gedicht, das die im ganzen Dasein versteckte Unruhe, Unstetheit und Stückhaftigkeit nicht vergessen kann. Man könnte sagen, hier handelt es sich, wenn auch nur in einem Teil, um das Gefühl als Ganzes, auf dem die Welt wie eine Insel ruht. Das ist das Gedicht Rilkes. Wenn er Gott sagt, meint er dies, und wenn er von einem Flamingo spricht, meint er auch dies. Deshalb sind alle Dinge und Vorgänge in seinen Gedichten untereinander verwandt und tauschen den Platz wie die Sterne, die sich bewegen, ohne dass man es sieht. Und das ist das Gedicht. Untertitelung des ZDF, 2020